Leute! Es ist wieder soweit, alle Minuten gibt es wieder Back to Back auf dem Pokémon-Kanal, da ist gerade ein neuer Teil online gekommen. Das folgende ist eine Fan-Zusammenfassung, die Nutzerunterhaltung bietet und die Originalserie Hunter x Hunter nicht ersetzen soll. Hunter x Hunter gehört Tracer, Madhouse und Yoshihiro Togashi. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Also, Gon und Kyler sind im letzten Part auf Kai getroffen. Wir sehen auch eine komische Riesenameise, die sich Fische gönnt. Wenn solche Dinge am Meer rumlaufen, würde ich den Planeten verlassen. Und da die Ameise menschliche Strukturen hat, wird da wohl jemand seinen Lieblingsanamil wahrgemacht haben. Kai findet heraus, es handelt sich hierbei um die Meerenameise, die das Futter in ihrer Evolution mit einbindet. Im Klartext, in ihrem Bauch gehen immer wieder Potala-Fusionen ab. Mit zwei kleinen Kindern, die gefressen werden, zeigt Hunter auch, dass es jetzt noch düsterer wird. Damit beginnt auch der große Raid der Ameisen über die NGL. Die Ameisenkönigin hat nämlich ziemlich viel Glück gehabt, denn die NGL akzeptiert sowas als Laune der Natur und wehren sich nicht durch Hilfe von Außerhalb. Die Potala-Fusionen-Ameisen sollen nun 50 Menschenburger pro Tag zubereiten. Gon-Truppe geht also in die NGL und Gon bekommt ein freshes, neues Design. Übrigens, es gibt niemanden, der beim Reiten cooler aussieht als Killua. Durch Colt merken wir auch, dass die Ameisen wohl noch Erinnerungen am vorherigen Leben haben. Colt ist nämlich der kleine Junge, der gestorben ist. Nachdem eine Ameise GTA gespielt hat, sehen wir auch, dass Dragon Quest mit Bulma für Arme am Start ist. Sie wollen eine Nachricht rausgeben, was in der NGL vorgeht. Bei dem Versuch, naja, werden seine Buddies geköpft und Dragon Quest stellt sich einer Opa-Spinne. Ich wollte ihn eigentlich wegen seiner Nennfähigkeit loben, doch durch die Fanservice-Ameise wird er einfach mal so besiegt. Gon-Truppe flieht und sagen wir es so, das lief dann nicht so gut. Ihre Nachricht jedoch kommt zu Gon und sie stürmen nun los. Denn wie wir von Naruto gelernt haben, ist er mit den Armen zurück einfach schneller. Sie treffen auch schneller auf Chicken Bunny und Kai möchte das als Mittagessen Gelegenheit nutzen. Deswegen bitt Kilo ihn schön durch und Gon sorgt für die Würze. Der Snack überlebt aber, weil Colt ihn mitnimmt. Und die Ameisen kommen darauf, dass ein Nennozu so viel wert ist wie tausend normale Menschen. Damit kommen wir zu Gyro. Gyro lebte über seinen Vater, der nie mit ihm redete. Er arbeitete den ganzen Tag und musste dann auf seinem Bett chillen, bis der Tag zu Ende geht. Er hing an seinen Vater, weil er dachte, dass ihm etwas bedeutet. Doch in Wahrheit hat seinen Vater ihn nur wegen Money ausgenutzt, um mehr saufen zu können. Als er eines Tages angegriffen worden ist und sein Vater sich abgewindet hat, war es genug für ihn. Gyro tötete seinen Dad. Neun Jahre später gründete er die NGL und nochmal neun Jahre später wurde NGL ein Staat und er der King. Füllen, doch wurde zerfetzt. Warum das wichtig ist, fragt ihr euch? Naja, Togashi wird safe in Kapitel 500 darauf zurückkommen, mit Gyro als Ameise. Das müsste dann realistisch gesehen 2077 der Fall sein. Aber hey, da haben wir auch sicher den Typescape von Boruto im Anime. Deswegen wird das ein ziemlich cooles Jahr. Kite, Gon und Kylo kommen dann zur Basis der NGL-Mafia, die Drogen und Waffen herstellt. Dort treffen sie auf den Hund, der selber Hunde hat, ein Generation 12 Bookman und ein Fan von Ruffy's Gatling. Kylo verdreht der Kleine in den Kopf, also nicht auf die Romance-Anime-Weise, sondern so richtig und beendet die Beziehung. Gon trägt seinen Gegner aus und zerschneidet ihn mit seinen Laserschwertfingern. Kite hingegen hat mit seiner Fähigkeit, die ihm eine zufällige Waffe gibt, seinen Gegner absolut zerfetzt. Währenddessen wird Ramoth ein Super Saiyajin, denn Gon und Kylo's Angriffe haben seine NGL geöffnet. Deswegen fährt er cold, weil er denkt, dass er jetzt der King ist. Gon's Truppe trifft dann auf den Handlanger Amazentrum. Wie wir aus vorherigen Anime-Minuten-Teilen gelernt haben, ist die Bärbel-Technik sehr mächtig. Doch Gon hat wohl genug von dem Ganzen hier, er zerdrückt das Amadello-Ding einfach zu Tode. Und Kites Riesensense funktioniert wohl besser als jedes Insektenspray. Er löscht alle aus. Und sieh an, sieh an, Dragon Quest lebt doch noch und Ramoth denkt mit seiner neuen Fähigkeit, kann er der König werden. Doch bei der Geburt von Pito, einer der königlichen Leibwichter, naja, wird er zum Schoßhündchen. Übrigens, Pito ist im Manga weder Boy noch Girl, doch ich werde in Zukunft sie zu ihr sagen, denn die beiden Wölbungen bei ihr werden schon irgendwas bedeuten. Ihre Geburt hat auch das Ende von Dragon Quest besiegelt. Pito erfährt dann auch durch ihre Gehirn-Salat-Technik alles über Nen. Colt hat nun auch Nen und Dragon Quest wird zum Fraß vorgeworfen. Ramoth verteilt dann Schellen, damit sich das Nen weiter ausbreitet und Pito macht alle Bodybuilder mit ihren Beinen neidisch. Und schnappt sich Kites Arm. Jetzt ist er wirklich Shanks Bruder geworden. Gon dreht durch, aber Killua schaltet schnell und nockt ihn aus. Dann flüchtet er auf Kites Befehl hin. Mit der Waffe Nummer 3, die nicht gefährlicher als ein Spielzeug aussieht, stellt sich Kite nun Pito. Gon und Killua können kommen und treffen auf Nov Morello Netero. Da Killua es jetzt in den Drauffahrt, merken wir mal, wie verdammt stark der alte Mut Netero eigentlich ist. Netero gibt ihr dabei eine Chance, sie sollen die anderen beiden Kandidaten besiegen und dazustoßen. Gon wacht wieder auf und bedankt sich, dass Killua ihn gerettet hat. Er glaubt fest daran, dass Kite noch am Leben ist. Killua zweifelt auch, ob er weiter bei Gon bleiben darf, denn er findet, Gon ist zu gut für ihn. Und um Gons Hoffnung für den Zuschauer mal so richtig zu zerschmettern, sind wir Pito mit dem Kopf von Kite. Sie treffen oftmals Schülerin Palmen, die ein wenig krank ist. Nackle, der eher so aussieht wie die japanische Mittelschüler, fordert Gon auch öffentlich heraus. Da Biski auch wieder im Start ist, hilft sie mit dem Training der Jungs. Während Biski sich also Sixpacks ansieht, sollen Gon und Killua ihr Rennen 3 Stunden aufrecht halten. Doch noch nicht mal in einer Stunde kippen sie um. Nackle, der auf Gon wartet, spielt Hundeswitter und Gon wird durch Biski's Fähigkeit magische Bodensalung geheilt. Denn sie kann 30 Minuten Schlaf zu 80 Stunden umwandeln. Also eine Art Raum von Geist und Zeit für Arme. Neto merkt, dass der Gegner extrem stark ist, was sein Problem ist, da er nur noch halb so stark ist wie zu seiner besten Zeit. Nackle zeigt auch seine Fähigkeit, die sich ein gewisser Tobi später abschauen soll. Damit holt der Models 5 Modell 24 raus. Seine Fähigkeit geht zwar gut auf die Lunge, aber dafür kann er Rauchhäschen erschaffen. Shia Poof ist auch geboren, aber da er später noch mehr abspacken wird, belassen wir es dabei. Mit einer besseren Ausdauer sollen Gon und Killua dann den Nackle-Kampf zum Training nutzen. Nackle fängt dann an zu weinen, weil seine Gegner Kinder sind und gibt ihnen den ersten Schlag for free. Naja, das lässt sich Gon nicht zweimal sagen. Nackle Doch das Caphole-Stück, was sie sammeln sollen, haben sie nicht genommen, denn Gon möchte gegen Nackle fair gewinnen. Nackle respektiert Gons Eier, die er bewiesen hat und gibt ihnen eine 20-Tages-Fress. Ihr Tagesablauf besteht, daraus zu trainieren und sich abends Nackle-Stellen abzuholen. Shoot will die geschwächten Jungs angreifen, aber kann nicht, weil er ein Schisser ist. Neto tobt sich ordentlich aus und schlachtet weiter Ameisen. Jetzt, wo Gon noch besser geworden ist, darf er sich auch mal fit Nackle stellen. Doch er kassiert und sein Jajanken braucht zu lange. Gon wird in dem Kampf immer besser und besser. Er nutzt Nackles Angst vor der Wucht von Jajanken aus, um den Kampf für sich zu entscheiden. Mit einem Papierangriff lenkt der Nackle ab und überrascht ihn von hinten. Damit trifft er ihn sogar. Naja, er hätte gewonnen, aber sein Akku ist alle und deswegen kippt er um. Gon pennt und Bisky trainiert Killua in ihrer Jojo-Form. Die zeigt ihm seinen Fehler. Er unterschätzt sich selbst und beim starken Gegner kämpft er nur um zu flüchten. Biskys Prognose, eines Tages wird er deswegen Gon sterben lassen. Am nächsten Tag gibt es wieder Nackle-Stellen und er lernt Nackles Fähigkeit kennen. Potclean Funktioniert mit Zinsen, wenn Gon zu viel Aura-Einheit schulden hat, fliegt er in die Luft. Ich glaube aber eher, Nackles Ziel war es hier mit der Erklärung Gons Gehren zu überfordern. Aber erstmal zurück zur Königin. Sie bringt den König, das uneheliche Kind von Cell und Frieza, auf die Welt. Er markiert auch, wer der Boss ist und hüttelt Peggy mit seinem Schwanz. Die Leibwichter begrüßen ihn und auch Yuppie, der dritte Bunde ist am Start. Die Königin wird auch einfach abgestoßen. Colt kann es nicht fassen. Der König hingegen fliegt weiter rum und klettert mit seinem Schwanz den Berg hoch. Er geht jagen und zeigt sich ein Kind. Pito bekommt dann auch Schwanz, da sie den König wie ein Kind behandelt hat. Die Armeisen verlassen alle das Nest und Colt hisst die weiße Flagge. Er soll mit Netero reden. Auch Gon, Kilo, Nackle und Shoot kommen an. Doch offscreen haben sie ihre Kämpfe verloren. Also dürfen die beiden Jungs nicht mitkommen. Gon kann 30 Tage lang Kilo einsetzen und Kilo beschützt Gon in dieser Zeit. Danach muss er aber verlassen, da er gegen Shoot verloren hat. Netero möchte Colt helfen, schneidet sich seinen Zopf. Und seine Aura ist laut Colt nicht mal stark genug für eine der Leibwächter. Doch das freut Netero umso mehr. Trotz der Hilfe von den Menschen stirbt die Königin, aber teilt noch den Namen des König mit. Mero. Eine Information, die sich später als Schärfe als eine Atombombe herausstellen soll. Colt findet in ihrem Körper auch ein kleines Kind und möchte es beschützen. Moral, der Ehrenmann ist kein Insektenrassist und schwört, Colt zu beschützen. Die anderen Ameisen drehen durch und verlassen die NGL, um weiter zu morden. Der König hingegen gönnt sich ein Imperium, nichts kann ihn stoppen. Palm scheint auch nicht so sauer zu sein, wenn Gon mit ihr auf ein Date geht. Im Gym machen die beiden Jungs dann alle mit ihrer natural schonenden Charakterathletik neidisch. Und beim Date von Gon und Palm merken wir mal, was Schminke so ausmachen kann. Übrigens, Kilo aus Stork zieht. Kilo trifft auch wieder auf Ramoth, er bekommt auch die Fresse. Aber Kilo aus Wille, Gon zu beschützen, ist stärker als alles andere. Er lehnt sich gegen seinen Bruder auf und entfernt die Nadel, die ihm davor hinderte, solche Kämpfe einzugehen. Und damit gibt es einen Ramoth-Kopf zu mitnehmen. Gon und Kilo flüchten dann vor Palm, die durchdreht, doch Nof kann die Situation nochmal entschärfen. Nackel und Moritz treffen dann auf Cheetah, er ist arrogant, doch Nackel und Moritz' Plan geht auf. Sie trickst ihn aus, geben ihm Potkin und machen sich wieder vom Acker. Kiles Körper wurde gerettet und Gon trifft sich mit ihm. Gon wird mit der schrecklichen Wahl konfrontiert, Kiles Körper wurde nur noch für die Ameisen zur Ausbildung verwendet. Hilflos wie er ist, lässt er sich nun schlagen und umarmt ihn. Kai wird nur noch von einer Nennfähigkeit gesteuert. Gon ist bereit, in die NGL zurückzukehren, um Rache zu nehmen. Pete benutzt also den ehemaligen König, um viele Leute an den Palast zu locken, um ein Riesenbankett für den echten König zu geben. Gon wird nach den 30 Tagen getestet und sagen wir es mal so. Moritz hat sich vor Gons Schadranken mit seinem Hulk-Körper ordentlich in die Hose geschissen. Kilo stoppt ihn und Gon gibt zu, dass er ihn beinahe getötet hätte. Wie dem auch sei, sie dürfen nun mitkommen. Die Spinne kümmert sich dann in ihrer Heimatstadt um die Ameise. Schallnack zeigt seinen Super Saijin, Shizuku steuert den Fansworth bei und Käpt'n Levi stellt sich der Fansworth-Ameise, die die Sabon-Transformation hinlegt. Er zieht sich aber ganz schnell seinen Anzug für kleine Kinder an und trottet sie aus. Gon und Kilo machen sich dann auf den Weg zur NGL und sollen als Spione alles vorbereiten. Sie trennen sich, doch werden bereits beschattet. Und Nackel und Gon müssen sich hier sehr stark zurückhalten, denn in den 9 Tagen, die anstehen, werden immer mehr Menschen sterben. Es sind bereits eine halbe Million gestorben und 5 Millionen sollen folgen. Trotzdem bleibt Gon ruhig, seinen Schlangegegner hat er nur festgewonnen und nicht getötet. Doch gleich danach tauchen schon Subat und Hutut auf. Die beiden verwirren Gon durch ihre Geräusche, doch er schafft sie anzulocken und kaputt zu schreien. Darauf folgt Gons Kamehameha-Version. Die Eule wechselt in den Gorilla-Modus und die Fledermaus stört Gon's Gehör, weswegen er sich Stoff in die Ohren steckt. Gon schlägt also mit der Fledermaus den Homerun und mit dem Gorilla einen Touchdown. Kilo erwarnt währenddessen die Bürger und Pito bekommt das mit. Morillo und oft bekommen währenddessen Probleme, da sie keinen Support vom Komitee bekommen. Es werden nur drittklassige Hunter geschickt, da hat wohl jemand ganz bestimmt seine Finger im Spiel. Dadurch, dass Kilo alle warnt, bricht der Notstand aus und Panzer werden rausgeschickt. Doch Kilo ist bereit, es mit allem aufzunehmen. Kilo erklärt auch weiter Ameisen, doch bekommt es mit dem Gift von Sinjit zu tun. Was ihm eine Explosion beschert, aber dafür sind seine Haare nun fresh. Danach wird er gesnallt, denn der Schütze hat mit Flatter die Drohne aktiviert und kann Kilo überall sehen. Das läuft hier ungefähr ab wie eine Runde Call of Duty. Kilo tankt dann einen Schuss, um die Position des Schützen rauszubekommen. Er bringt ihn dann um, aber es war eine Falle. Ein Oktopus steckt nämlich hinter den Menschen. Doch mit den abgetrennten Tentakel kann Kilo sich nochmal von den Ameisen im Wasser retten. Kilo hat die Kalkunen in der Hand und kann ihnen den Ameisen zu Fraß vorwerfen. Doch er geht einen Deal ein. Er muss nur die Fähigkeit seines Partner verraten. Doch er schneidet sich dann selber ab, da er seinen Kameraden niemals verraten würde. Kilo rettet ihn aber trotzdem, weil er cool ist. Nach einem kurzen Struggle rettet er sich dann auch selbst, aber er bekommt dann Phil Taylors Schwertfische ab. Ein Angriff, der erst kurz vor dem Aufprall sichtbar wird. Wenn der letzte Wurf aber daneben geht, bekommen die Geschwister, die diese Fähigkeit haben, den Schaden selbst ab. Kilo tankt also die Angriffe und sieht den letzten Wurf voraus, den er fängt. Er hat seine Reaktion mit den Blitzen beschleunigt und täuscht seinen eigenen Tod vor, um die Gegner rauszulocken und Kilo-mäßig zu erledigen. Doch Kilo hat den Schaden unterschätzt und kippt um. Er verliert das Bewusstsein, aber ihren Ikalgo rettet ihn. Gon trifft währenddessen auf einen Kommandanten der White Beards, Marco. Er möchte mit Gon eine Partnerschaft eingehen, Gon traut ihn auch sofort, weil, warum nicht? Er zeigt ihm seine Fähigkeit des kompletten Unsichtbarwerden und möchte mit ihm zusammen den König besiegen. Marco will Rache für seinen Pflegevater White Beards. Wow, das ist wirklich so wie Mompiece. Aber in Wirklichkeit will Meleoron hier Rache für Peggy, denn seine Erinnerung aus seiner Menschenzeit kam zurück und Peggy wurde ja brutals von Merum umgebracht. Morrell verteidigt die Hauptstadt Peking, Netoro meditiert und Merum violiert sich in Brettspielen und wie bei Yu-Gi-Oh ist eine Niederlage gleichzusetzen mit dem Tod, jedenfalls für seinen Gegner. Doch dann trifft der Komugi, ein blindes Mädchen, die gegen ihn gewinnt. Mit seinen 200 Puppen versucht Morrell dann den Aufstand durch P2-gesteuerte Soldaten zu verändern und trifft wieder auf Cheetah. Potclean, was an ihn haftete, ist nun weg und hat eine neue Fähigkeit. Er kann seinen Gegner zu einem anderen Ort teleportieren und um dort rauszukommen, muss Morrell ihn innerhalb von 8 Stunden berühren, deswegen geht er erstmal pennen. Der König bekommt weiterhin Gungi-Stellen von Komugi, er benutzt sogar Komugi-Strategie von vor 10 Jahren, was sie sehr rührt. Morrell lässt den inneren Shigamaru raus und fängt Cheetah geheim mit einem Seil aus Rauch. Er hätte verloren, doch er entwickelte in seiner Notlage eine neue Fähigkeit, eine Armbrust, die ihn nichts bringt, weil er mit ihr zu langsam ist. Er verliert den Kampf, weil er einfach blöd ist. Naruto Technik hat Morrell auch drauf, mit dem Doppelgänger berührt er ihn und ist frei. Und danach flüchtet er, um sich eine neue Fähigkeit zu holen. Bei Ameisen ist das Ganze irgendwie so wie Klamotten kaufen. Merum ist mittlerweile im Gefühlschaos. Er kann nicht fassen, dass ein so dummes, ekliges Wesen gegen ihn gewinnt. Also spielt er mit Werteinsatz. Wenn er gewinnt, will er ihren Arm haben. Aber Komugi macht auf Eier, obwohl sie keine hat, und spielt um ihr Leben. Der König merkt, wie dumm sein Vorschlag war und reißt sich selbst den Arm raus. Komugi möchte aber nicht weiterspielen, bis der König nicht kalt ist. Da Pito in der Zeit behandelt, kann sie keine N einsetzen und das ist die perfekte Gelegenheit für Nof, um zuzuschlagen. Wir lernen auch Bisev kennen, der Geheimstaatschef, den Merum behalten hat, weil er zu wichtig ist. Er beschert sich Frauen, um Monopoly zu spielen. Pam wird dabei auch ausgewählt. Der Typ hat nämlich im Keller eine Stadt, wo er seine Gegenspieler lagert. Nof setzt zwar die ganzen Portale beim Palast, aber wegen der Aura bricht er zusammen. Die Angst übernimmt ihn komplett. Er kann nie wieder an diesen Ort zurückkehren, ohne komplett zusammenzubrechen. Währenddessen kämpft Moral gegen den König der Loser, der Fähigkeiten von anderen ausleihen kann, wenn er einen Gefallen bei ihm gut hat. Deswegen ist er nun als Surfer am Start. Aber Moral saugt einfach den Sauerstoff raus und ließ seinen Gegner ganz schnell ertricken. Das war eine kurze Nummer. Nachdem Pam mit Bisev die Partie fertig gespielt hat, versucht sie rauszukommen. Killua findet sich dank Ikalgo im Krankenhaus wieder und flext mit seinem Körper. Ikalgo fängt auch an zu heulen, da Killua und er Freunde sind. Ach ja, Nakal und Meliorun sind mittlerweile Best Buddies geworden. Puff hat immer wieder seine 5 Minuten und will Komugi eigentlich umbringen. Der König fragt Komugi nach ihrem Namen, doch er kann ihre Frage nicht erwidern, weil er keinen hat. Durch Komugi passiert etwas Unglaubliches mit dem König. Er macht sich Gedanken, ob nicht ein anderer Menschen genauso im Potenzial schlummern könnte. Er überdenkt sein komplettes Handeln. In Medium schlummert eben auch ein Saijin, der die Herausforderung so sehr liebt. Er merkt, die Stärke ist die beste Waffe auf der Welt, doch als er Komugi sieht, die ihn immer wieder in Gungi schlägt, aber nichts gegen einen einfachen Vogel ausrichten kann, denkt er ein weiteres Mal um und weiß nicht, was er tun soll. Der Tag der Selektion ist gekommen und Millionen von Menschen werden vom Palast von Puff hypnotisiert. Unsere Truppe macht sich nun bereit fürs Stürmen und Medium fragt sich nach dem Sinn des Lebens. Der Wander des König machte sich bemerkbar, doch das ändert nichts in der Ausgangslage. Unsere Truppe kann natürlich nicht verstehen, was im Palast vorgeht, weil es einfach eine Sache ist, die sich keiner wirklich vorstellen könnte. Deswegen glauben sie, dass Mero mit den bestellten Frauen Monopoly spielt. Welfan, einer der Ameisen, merkt schon, dass hier irgendwas faul ist. Doch er sagt nichts, denn er kämpft nur für sich und möchte aus dem Schatten heraus der König sein. Kurz bevor Morals Truppe stürmt, passiert etwas am Himmel, weswegen Pito ihr End mobilisiert. Gonstorn sammelt sich und vom Himmel kommt ein... Zwei alte Badass-Anime-Opa erscheinen am Himmel. Er ist, das bedeutet ordentlich Prügel für den Gegner. Gonzo-Leute stürmt, Puff all zum König und Pito stürmt direkt auf Netero zu. Doch das war der falsche Move, kleine Ameise. Neteros Bewegungen sind so flüssig und perfekt, dass sich Pitos Zeitgefühl verändert. Neteros Fähigkeit ist nämlich die Schelle des Anime-Opa. Damit bekommen wir seinen Flashback. Mit 46 begann er sich bei der Kampfkunst zu bedanken. 10.000 Schläge pro Tag. Am ersten Tag dauerte das Ganze 18 Stunden. Das machte der Typ einfach zwei Jahre lang und dann merkte er, dass nach seinen Schlägen die Sonne immer noch nicht untergegangen ist. Dafür hat er dann mehr gebetet. Er wurde schneller als der Schall und nahm sich an Dojo, weil er der Boss ist. Das war vor über 60 Jahren. Damit Pito von diesem Schlag nicht stirbt, nutzt sie ihre Fähigkeit, mit der sie verbunden ist, um den Aufprall zu stoppen. Hier passiert alles in ein paar Sekunden und Yuppie stört sich den Gon-Squad. Schult blieb stehen, damit Yuppie nicht aus Versehen den unsichtbaren Nackel trifft, doch dann gescheit was Ungeplantes. Xenos' Dragondive reglte rein. Alle waren geschockt, doch Gon lief einfach weiter. Ein paar Zehnte Sekunden verging und Killor begriff es auch und folgte Gon. Gon wusste nämlich hier, dass sie nicht wissen können, ob Nackel getroffen worden ist, also müssen sie selber weitermachen. Genie machte Schult zum Gon-Fanboy Nummer 1 und es hat ihn aus seinem Käfig aus Angst befreit. Schult kann nun endlich mutig sein. Nackel schlägt dann Yuppie, um das Zeichen zu geben, dass sie doch noch am Leben sind. Er bemerkt außerdem, dass Yuppies Stärke mit nichts zu vergleichen ist. Er ist bei weitem das Stärkste, was er je gesehen hat. Pito agiert instinktiv und sprang mit voller Leistung zum König. Doch während ihrem Schwung ist ihr ein fataler Fehler unterlaufen. Die böse Aura des Königs ist brachial. Sie spürte selbst eine Art Angst davor. Komugi wurde vom Angriff verwundet und die Anime-Opa sind eingetroffen. Netro und Senor blieben ruhig, da sie auch jemanden getroffen haben, der nicht Teil des Plan war. Sie zeigen Respekt gegenüber liebevolles Verhaltenes-Lebewesen. Mit solch einer Reaktion des Königs hätten sie niemals gerechnet. Pito soll Komugi heilen, sonst wird sie vom König selbst herkalt. Senor und Netro spüren den Tod und der König geht an ihnen vorbei, ohne dass sie es merken. Sie sollen woanders kämpfen. Yuppie ist im Berserker-Modus und die Truppe geht weiter. Schult und Nackel stellen sich Yuppie. Schult strotzt ihr vor Selbstvertrauen. Er benutzt seine abgetrennte Hand zum Fliegen, was er zuvor nie getan hat, aber er war sich sicher, dass das klappen würde. Schult fand Gefallen daran, in die Ecke gedrängt zu werden. Er wurde immer stärker. Gon, Kilo und Ikalgo stürmen weiter. Ikalgo ist hierbei im Körper von Flutter als Spion. Kilo bemerkt zwei Soldaten und innerhalb von Millisekunden hat er sie umgebracht, um Ikalgo zu schützen. Er zweifelte daran, dass es ein Fehler war, doch wegen Ikalgos Blick verstand er noch in der gleichen Sekunde, dass es hier die richtige Entscheidung war. Puff holt rum, dass er versagt hat und trifft auf Mordel. Gon sieht also mir rum, wie er mit Netero weggeht und auch den legendären Daumen von Netero. Dein Ziel ist dahinten kleiner. In Gon sammelt sich ein unglaublicher Zorn. Kilo folgte Gon und zweifelt an ihrer Freundschaft und stellt sich die Frage, als Gon sagte, los geht's, meinte er das als Freund oder als Teamkollege. Schult schlägt sich wie ein Champion und konnte Yuppie in Auge stehlen, wodurch er seine Tüche brach. Nackle muss die Zusammenreise nicht anzugreifen, während sein Freund am Sterben ist. Für ihn kam es vor wie eine Ewigkeit, doch in Wahrheit sind nur 10 Sekunden vergangen. Doch einen Angriff von Nackle kann Meliorun verhindern, da seine Luft alle ist. Um Yuppies Überraschungsangriff zu entkommen, hat Schult sich mit seinen eigenen Händen geschlagen. Doch Nackle kann nicht mehr, er stellt sich Yuppie. Morrel und Poof stellen sich in einen Ausbaukrieg, Poof geht in einen Kokon und plant damit seine geheime Flucht. Morrel ist es aber recht zu warten, also tut er nichts dagegen. Er ist auch nicht auf 100, sondern nur auf 40% seiner vollen Leistung wegen den vielen Kämpfen zuvor. Welfin hat zwar Ikago bemerkt, der mittlerweile im Keller ist, doch Provada ist auch da und er weiß nicht, ob er Feind oder Freund ist. Deswegen kann er nicht runter aus Angst vor dem Tod. Zeno verschwindet auch und sagt Gon und Kilo, dass sie sich selbst ein Bild davon machen sollen, was innerhalb des Palats vorgeht. Gon Freaks kehrt also zurück, um Rache zu nehmen, doch Pito nimmt überhaupt nichts wahr. Kilo versteht, was sein Opa meinte, wie eine Mutter stellt sich Pito vor Komugi ohne Aura, da sie diese zum Heilen braucht. Gon sahen Komugi kalt und seine Wut wurde größer. Pito spielt hierbei mit offenen Karten, Komugi ist wichtig und sie muss zuerst geheilt werden. Gon kann es nicht fassen, dass dieses Monster Mitgefühl zeigt. Dabei ist Gon explodiert, als Kilo meinte, dass sie an Komugis Verletzung schuld sind und warten sollen. Pito bricht sich ihren Arm, um die Situation zu entschärfen. Die Gefühle platzen alle aus Gon heraus, er kann nicht fassen, was hier gerade passiert. Gons Worte, weil es hier nichts bedeutet, trafen Kilo härter als jedes Jajanken. Gon ist absolut leer. Eine Stunde gibt er ihr Zeit und wartet. Mit der wohl coolsten Pose überhaupt. Währenddessen setzt Knuckle die Geimtechnik von Joseph Josta ein. Melioran muss seine Gefühle runterschlucken und Shoot liegen lassen, um dem Plan weiter zu folgen. Er trifft Welfeln, den mit seiner Metallgarurumon-Rakete beinahe getroffen hätte, aber Melioran konnte nochmal entkommen. Nun ist er mit Kilo zusammen. Yuppie gibt die Verfolgung von Knuckle auf und kehrt zurück. Den halbtoten Shoot ließ er dabei liegen, denn er war keine Gefahr mehr, nur ungeziefer. Er war es nicht mal wert, getötet zu werden. Das ließ Knuckle richtig sauer werden. Er wollte aber erstmal Shoot retten, doch ihm fiel auf, dass Shoot stolz damals zerstört wurde, da Nackle den Gegner einfach ziehen ließ. Shoot wusste auch, dass Nackle an den Plan denken soll und er muss ihn eigentlich aufhalten, gegen Yuppie zu kämpfen. Doch er konnte sich nicht dazu überwinden. Er bat Nackle darum, Yuppie eine reinzuhauen. Ihr Stolz war hier wichtiger als die gesamte Welt. Yuppie wurde zu etwas, vor dem ich sogar beim reinen Zuschauen Angst bekommen habe und als nächstes ist er so wütend, dass er explodiert. Das möchte Nackle nun als Schwachstelle nutzen. Was er aber nicht weiß, ist, dass Yuppie das ausnutzen würde, um selbst anzugreifen. Seno hat auf seinen Rückweg auch Ärger mit einer Fliege, die wird dann von seinem Sohn Sermatsch, der wiederum seinen eigenen Sohn, Killua, gegen Super Nenameisen einfach so alleine lässt. Das nenne ich mal Erziehung. Ikau geopfert währenddessen Plattas Körper, um Provada auszutricksen. Dieser kommt mit dem Fahrschrauber nicht mehr hoch und ist unten gefangen. Es kommt also zum Schaudern zwischen Nackle und Yuppie. Nackle greift den durchdrennenden Yuppie an, doch dieser stoppt seine Ausdehnung und hat Nackle in die Falle gelockt. Nackle wäre hier gestorben, aber... NARUKAMI! Killua ist am Start und hier, um Nackle zu retten. Damit kann Nackle Yuppie endlich eine verpassen. Das reicht aber noch nicht, deswegen setzt Nackle nach und haut ab. Mit Killua's Super Surgeon White reagiert er sich an Yuppie ordentlich ab. Mit den Blitzen, die seine Bewegungen lenken, ist er einfach zu schnell. Doch sein Akku geht schnell leer, weswegen er hochklettert und mit Melioron flüchtet. Wesendessen entkommt Provada in den Fahrstuhl, weswegen er Calgo den Raum mit Schlafgast füllt. Doch er kann sich einfach nicht überwinden, Provada wirklich zu töten. Morrel löst auch endlich Smoky Jell auf, weswegen Poofsplan aufgeht. Er teilt sich nämlich in ganz viele Poofs und flüchtet. Darüber hinaus nimmt der Morrel seine Pfeife weg, weil er selbst einen durchziehen möchte. Nun stellen sich Morrel und Nackle Yuppie. Yuppie kämpft gegen Nackles Rauchdoppelgänger und sucht den Echten, doch er checkt, dass der Echte gar nicht hier ist. Doch in diesem Moment, wo er das realisiert, kommt doch der Echte und schlägt ordentlich zu. Poofs hält uns damit, wenn Morrel gewartet hätte, hätte er sein Hauptteil besiegen können. Poofs kann sich zwar teilen, aber der Hauptteil hätte Smoky Jell nicht verlassen können. Durch Morrels Handeln konnte Poofs also flüchten, aber dafür konnte er seine Kameraden vor dem Tod retten. Wir sehen auch, dass Snuff sein Mann steht und doch zurückkehrt, um Schuh zu retten und erstlich zu wandeln. Poofs kommt also zu Gon hinzu, doch Pito warnt ihn, er soll nicht weitergehen. Beim Angriff hätte Gon nämlich Komugi sofort umgebracht. Gon-Swing puft dann auch hier zu bleiben, dieser erfährt dann alles von Pito und trickst Gon aus, indem er sich langsam teilt, um dem König zu helfen. Währenddessen digitiert Yuppie mithilfe des Digi-Armor des Zorns. Dadurch bleiben wir nicht mal mehr vier Minuten, bis er bankrott geht und keinen Nennen mehr einsetzen kann. Zurück bei Netero bemerkt dieser, dass Miriam schwankt zwischen Mensch und Ameise. Er würde wohl einen gar nicht so schlechten Anführer abgeben. Er will sogar mit Netero diskutieren. Doch bevor Neteros Herz selbst anfängt, ihm zu verfallen, beginnt er den Kampf. Yuppie, der mittlerweile um ein vielfaches besser geworden ist, zollt Morrel und den anderen Respekt. Sie waren großartige Gegner. Gerade deshalb muss er ihnen die letzte Ära weisen und sie erledigen. Doch Melioron konnte Morrel noch mal retten. Getroffen hat Yuppie trotzdem. Weswegen er eine Blutspur finden konnte, Nacke stellt sich also dagegen, um sie zu schützen. Um seine Kameraden zu retten, entschied sich Nacke dazu, ihren ganzen Erfolg zu zerstören. Er geht auf den Deal von Yuppie ein und löst Potclin auf. Nacke war bereit, weiter zu kämpfen, doch Yuppie macht sich vom Akkad. Er kämpft nicht mehr gegen sie. Er wurde nicht nur stärker als Ameise, sondern auch als Mensch. Er wollte diese tollen Gegner nicht umbringen und sein Versprechen halten, also ließ er sie liegen. Doch dieses Mal nicht als ungeziefer wie zuvor, sondern diesmal aus Respekt vor ihnen. Da er auf dem Mega-Level seinen gesamten Zorn in seiner Waffe speichern kann. Noch der durch seinen Aufdeutier gefühlt 50 Jahre älter geworden ist, rettet Morrel, doch Nacke möchte noch bleiben. Zurück bei Netro verweigert der König immer noch den Kampf und setzt sich zum Diskutieren. Der König ist einfach um ein Vielfaches stärker. Was den Stolz von Netro enorm verletzt, doch damit spielt er seine Trumpfkarte. Um einen Kampf zu fordern und nicht zu sterben, teilt er dem König mit, dass er seinen wahren Namen kennt. Heißt also, er muss gegen Netro kämpfen, ohne dass er stirbt und sich selbst seine Niederlage eingesteht. Der König, der so viel Menschlichkeit geworden ist, konnte diesem Vorschlag einfach nicht widerstehen. Netro ist zwar absolut chancenlos, aber genau das gefällt ihm so sehr. Er bedankt sich mit vollem Herzen an jeden Einzelnen, der dieses Treffen möglich gemacht hat. Meru erkennt damit, wie verschrieben Netro der Kampfkunst ist, weil er solch eine Fähigkeit besitzt. Doch auch nach all diesen Angriffen ist der König immer noch unverletzt. Netro will zwar nicht, dass die Ameise auf ihn herablegt, aber Meru hat ihn in seiner Hand. Er schaut sich ganz in Ruhe das Bewegungsmuster der Attacken an und will dann zuschlagen. Kilo trifft auch wieder auf Palm, die zur Ameise geworden ist. Sollte Gon das sehen, würde es ihn vermutlich komplett zerbrechen. Doch sie ist hier eine Gegnerin. Sie benutzt sogar ihr Hals Bank ein. Kilo möchte sie aber ohne Kampf überzeugen, sie soll zu Gon gehen und ihn entlasten. Sie soll sagen, dass es ihr gut geht. In Wahrheit hat Kilo nicht vor, sie zu Gon zu bringen, aber möchte damit den Kampf vermeiden. Doch das ganze Leid, was Kilo selber verspürt, brachten ihn in diesem Moment selber zu zerbrechen. Er wusste sich selber einfach nicht mehr zu helfen. Palm wurde zwar zur Ameise und so manipuliert, dass ihre Gefühle von ihr abgetrennt sind, Doch sie schafft es trotzdem, sich Poofs Befehl zu verweigern und wieder auf die gute Seite zu wechseln. Poof wollte dann den eingetroffenen Nackle reinlegen, um ihn schnell zu erledigen. Doch Gon merkte das sofort und hindert ihn daran. Poof haut trotzdem ab und wartet am Haupttor. Pito versucht Gon zu beruhigen, aber diese ergibt ihm nun 10 Minuten weniger Zeit. Pito wollte aber Gon von Anfang an austricksen und wäre sowieso in der Zeit fertig geworden. Doch sie merkt, wie scharf die Zähne, die sich jung sind, er könnte sogar dem König gefährlich werden. Nackle ließe Gon auch im Unklaren darüber, was mit Yuppie ist. Denn sein Charakterwandel könnte Gon ins Schwanken bringen. Ikaigo kann weder dessen Welfin überlisten, denn wenn der Gegner zuerst angreift, ist Welfins Fähigkeit im Nachteil. Weil er aber trotzdem getroffen worden ist, hat er nun 1000 Füßen am Kopf. Doch er scheißt drauf und knallt Welfin trotzdem ab. Deswegen gibt Welfin auf. Wir erfahren auch, dass er in seinem vorherigen Leben als Mensch Jairos Freund war. Und er möchte ihn unbedingt wiedersehen, komme, was wolle. Merum hat in dieser Zeit Netero ein Bein weggenommen. Doch dieser schließt seine Wunde, weil er ein Badass-Anime-Opa ist. Doch gleich danach folgt auch sein Arm, das stoppt Netero aber nicht. Er setzt die Hand null ein. Killua spürt sogar aus mehreren Kilometern die enorme Mordlust, die von Netero ausgeht. So weit und packt seinen Stinkefinger aus. Doch selbst dass dieser Angriff, der Netero so viel Power kostet, reicht nicht. Der König möchte zu Neteros Ehren einen Bezirk für Menschen wie Netero errichten. Er erfährt auch seinen Namen Merum, wiegt sich in Sicherheit, aber er hat noch lange nicht gewonnen. Denn die bodenlose menschliche Boshaftigkeit wird immer siegen. Netero beendet sein eigenes Leben, um damit eine Bombe in seinem Körper auszulösen. Zu Beginn des Kampfes hatte Netero Merum schon längst Schachmatt gesetzt. Die kleine Rose geht hoch und Merum kann nicht fliehen. Laka wollte sich mit Puff wie mit Yuppie einlegen, doch er merkt sehr schnell, dass es mit Puff unmöglich wäre. Doch Puff, der die Explosion mitbekommen hat, fliegt zum König. Sie finden einen sterbenden Merum auf und Hunter wird dann einfach zu einer ganz anderen Art von Serie. Da Puff und Yuppie dem König ihre Lebensenergie zum Mampfen geben und das ungefähr so wie bei Food Wars abläuft, ist es eine sehr komische Szene, aber der König schafft es irgendwie noch daraus. Ikago trifft auch wieder auf Killua und er bemerkt, dass Killua hier bleibt und Gon bis zum Ende folgen würde. Das bedeutet in dem Fall, Killua ist bereit zusammen mit Gon zu sterben. Pito ist nun fertig mit der Heilung und Gon will mit ihr zur Kai. Er nennt Komugi damit als Geister und will sich ganz alleine Pito stellen. Also, Merum hat überlebt, nimmt eine Jojo-Posal ein und hat einen Senkai-Bus bekommen. Er ist also noch stärker, da Yuppie und Puff nur noch Plüschfiguren sind. Doch er hat seine Erinnerung verloren. Das möchte Puff wieder zu nutzen, um Komugi endlich umzubringen. Er muss sich aber beeilen, denn der König kann nun fliegen und wird extrem schnell sein. Doch angekommen in Komugis Zimmer bekommt Puff einen Knuckle-Punch ab. Unser Squad trennt sich und Puff trifft auf Killua, der Komugi dabei hat. Killua setzt sie ab und sagt Puff, dass wenn er in seinen Kreis kommt, sein Leben endet. Er wird also getroffen und flüchtet, denn er hat einen fatalen Fehler gemacht. Er hat das Gungi-Brett vergessen, Merum würde sich sicher sofort wieder erinnern. Deswegen geht er das Verstecken. Pam beobachtet alles mit ihrer Fähigkeit und Killua bedankt sich bei ihr. Doch es ist keine Zeit fürs Zurücklehnen. Puff trägt Pito aus und gibt sich als Komugi aus und sagt, dass alles in Ordnung ist. Pito hat damit nichts mehr zu verlieren. Sie ist derweil so viel menschlicher geworden, dass sie sich sogar für Gons Namen interessiert. Sie will ehrlich mit ihm sein, Kite ist schon längst tot. Sie bittet sogar aufrichtig um Entschuldigung. Gon bricht zusammen und Pito heilt ihren Arm. Kino, der die Wahrheit von Puff erfährt, eilt sofort zu Gon. Doch Gon hat sich schon entschieden. Er möchte alles zu Ende bringen, auch wenn es sein eigenes bedeutet. Pitos Angriff ist zu langsam. Gon ist so etwas geworden, was den König besiegen könnte. Keine goldenen Haare, keine dampfende Haut, kein QB-Chakra. Gons Power-Up ist einfach mal er selbst in Erwachsenen. Was Training ausmachen würde, Gons Hosen wurden zu Hotpants. Und ich hatte damals eine Riesenangst, dass er so bleiben würde. Aber genießen wir diesen Kampf. Pito wusste einfach, sie ist am Arsch. Ich meine, selbst wenn die Haare einen Power-Up bekommen, weiß man einfach, dass es vorbei ist. Ultrancing bleibt auch am Start und damit katapultiert er die Mieze-Kerze hoch. Danach gibt es einen ordentlichen Stein in die Fresse. Trotzdem, Pito war glücklich. So eine Kraft muss mit einem hohen Preis kommen. Heißt also, der König ist sicher davor. Der Bauer opfert sich hier für den König. Gon schlägt sie immer wieder und wieder. Kilo trifft ein und kann seinen Augen nicht trauen. Pitos Nennfähigkeit ließ sie weiter angreifen und Gon verlor seinen Arm. Doch es war ihm recht. Nun ist er mehr wie kalt geworden und kann ein wenig büßen. Mit seinen Armen zeigt er nochmal, wer der Boss ist und rammt ihn durch Pito. Gon bereitet seine letzte Attacke vor. Doch im letzten Moment, wo er Kilo sah, wurde ihm klar, was das bedeuten würde. Und dass es jetzt wirklich das Ende ist. Merum geht davon auf Jagd und seine Aura lässt alle im Palast den Atem anhalten. Ja, so ein Senkai-Boost ist schon was Schmackhaftes. Merum war innerhalb von Millisekunden bei Knuckle und knockte ihn aus. So wie Meleuron. Merum und seine Leibwächter spielen dann ein Spiel, wer die Gegner findet. Sollten Pufo und Yuppie dabei verlieren, müssen sie erzählen, was sie feinlichen. Der König spürt nämlich dadurch, dass sie sich einen Körper teilen, ihr Schuldbewusstsein, aber auch ihre Treue. Ikalgo versteckt Komugi im Keller und schickt Gwelfen als Bote, er will Geiseln austauschen. Ikalgo vertraut ihm, da die beiden Freunde aus dem vorherigen Leben sind. An der Oberfläche war sie Gwelfen und Yuppie und verdammt hat mit der kleinen Scheißer Leid getan. Er und Pito haben sich so enorm zum Besseren gewandelt und mussten leider sterben. Pai möchte das Zeitspiel weiterspielen, da sie weiß, dass der König bald tot sein wird. Sie verstecken Komugi und handeln grausam, aber ihnen bleibt nichts anderes übrig. Die Kritik an der Welt, die Togashi hier droppt, ist größer als Hintrus' Explosion. In diesem Arc werden die Ameisen menschlicher als die eigentlichen Menschen. Die Rose, die Netro gezündet hat, ist auch schon daran, dass Merum sterben wird. Auch wenn er geheilt worden ist, die Nachwirkungen bleiben trotzdem. Mit Welfen kommt die Wahrheit ans Licht. Yuppie ist nicht ermordet worden, er starb auch an diesen Nachwirkungen. Durch den immensen Druck von Merum sah Welfen seine Zukunft altelterapide und sagte das eine Wort. Komugi. Die Erinnerungen des König kehrten damit zurück. Merum vergibt hier auch Puff und Welfen. Selbst als Welfen sagt, dass Jairo sein einziger König ist, hofft Merum, dass Welfen ihn wiederfindet. Merum möchte sogar vor Palm auf die Knie gehen, damit er ein letztes Mal Komugi sehen kann. Die Ameise Inia geht mit ihr durch und sie verhindert das Niederknien. Palm stellt eine Bedingung, sie möchte bis zum Ende zuschauen, wie Merum spielt. Achja, Puff ist auch gestorben, aber weil er unsympath ist, juckt das niemanden. Bisa, Fina und Welfen sind nun auf der Suche nach Jairo. Das kleine Mädchen vom Anfang kehrt als Ameise nach Hause zurück und auch Provada kann wieder normal leben. Im Krankenhaus erfahren wir, dass Netoro mit seinem Testament eine bestimmte Entscheidung seines Nachfolgers fordert. Killua kann hier auch nichts mehr tun, Gons Chancen zu überleben sind extrem niedrig. Killua verlässt also das Krankenhaus, aber hat wohl eine Methode, ihn zurückzubringen. Bei Colt erfahren wir, dass das kleine Kind, was er aufzieht, die Wiedergeburt von Kite ist. Merum und Komugi, Ameise und Mensch, spielen ihre letzte Partie und sterben schlussendlich zusammen. Nach diesem emotionalen Rollercoaster geht dieser Arc zu Ende und der nächste Abschnitt, der letzte Abschnitt für den Anime, beginnt mit Jing Freaks. Es werden die Solics eingeführt, eine Gruppe von Hunter, die in einer Notlage das Komitee leiten sollen. Bei den Designs brauche ich auch keine Witze machen, denn die machen sich schon selbst lächerlich. Außer natürlich Jing Boss Freaks. Ich werde, der eine Typ hat sogar einstwernst die Frisse wie ein Titan aus Attack on Titan. Und darf ich euch vorstellen, der Vize von Netoro, Paris Hilton. Paris ist schon kandidiert für Netaros Position, Jing aber auch, denn er möchte dem Willen des Alten folgen. Gon geht Jing auch nicht besuchen, denn er wird um jeden Preis überleben. Die Solics losen unter sich aus, wenn er die Regeln bestimmen darf, Jing gewinnt und damit hat er ordentlich seinen Spaß. Doch natürlich hat Jing im Vorfeld mit magischem Boden alles vorbereitet, damit auf jeden Fall seine Regeln gewählt werden. Die Hunter kommen also alle wählen und Hisoka will gegen Jing fighten, der ist aber nicht da. Durch die Regeln von Jing dauert das Ganze ewig und wir erfahren auch, warum Paris Hilton Netaros Vize war. Er ist der geborene Troll und extrem nervig, wenn es um solche Politikdinger geht, deswegen hat Neto den ausgewählt. Dann lernen wir auch Kilos anderen Schwesterbrüdern kennen, nämlich Aloka. Sie war geheim, da sie sowas wie die Dragon Balls ist. Kilor kann auch nicht fassen, dass er Aloka in so einem Zustand zurückließt. Ilumis Kontrolle war wohl schuld. Aloka erfüllt zwar Wünsche, aber der Preis, der dafür gezahlt werden muss, äußert sich in Aufforderung. Desto größer der Wunsch, desto größer die Aufforderung. Wenn man ablehnt, naja, wird man im Raum gespalten. Als sich eine Dienerin wünschte, reich zu sein, war die nächste Aufforderung, ihr eine Niere zu geben. Kilor stirbt dann bei Alokas Aufforderung, aber es war nur Fake. Er weiß eben, wie man mit ihr umgehen muss. Um dann rauszukommen, wünschte ich Kilor den Tod seiner Mutter, falls sie es in 30 Minuten nicht nach draußen geschafft haben. Er will nämlich nicht nur Gon, sondern auch Aloka retten. Kilor teilt die Information, Morrel und Goto unterbricht den Anruf, um Aloka geheim zu halten. Doch er hat gewartet, damit Kilor Morrel einen Hinweis geben kann. Eben Bruder Goto eben. Zubune, die andere Butlerin, bekommt dann die Aufforderung, sich einen Nagel rauszureißen. Danach haut sie auch ab, damit Aloka nicht weiter fragen kann. Leorio ist auch wieder back und erfährt von Kilors Plan, aber nicht die Details. Er soll Gons kranken Bett verlegen, das übernimmt aber Morrel. Bei der Hunter-Wahl dürfen die Teilnehmer nun Reden halten und das nutzt Leorio aus, um Jing 1 auf die Fresse zu geben. Mit diesem Schlag wurde Leorio so aufgewählt, dass er nun der Drittbeste in der Wahl ist. Kilors Mission entwickelt sich dann zu einem Kampf, Aloka vor Ilumi zu beschützen. Kilor wird von der Straße gerammt und als Hisuka fragte, ob er Kilor töten darf, naja, war Ilumi bereit, Hisuka zu killen. Doch das hat Hisuka nur gesagt, um Ilumis Mordlos zu triggern. Die Kilor spürt, denn Hisuka möchte, dass Gon gerettetet wird. Mit Godspeed flüchtet Kilor und Hisuka stellt sich den Butler an. Dabei packt Goto auf sein Münzmaschinengewehr aus, doch leider wird er von Hisuka umgebracht. Kilor wird währenddessen von der Oma verfolgt, die sich einfach mal so in ein Bike verwandeln kann. Sie arbeiten aber erstmal zusammen. Das Katze-Maus-Spiel geht weiter, die Hunter wählen und Ilumis kontrollierte Puppen machen Ärger. Kilor und sein Bruder treffen sich also wieder, Zubunus ist auch da und Aloka bekommt Fingernägel für ihre Sammlung. Nun kann Kilor sich was wünschen. Sie waren nämlich eigentlich auf Kilors Seite. Durch die Drohung von Ilumi, dass Nandikas Wunsch Leben kosten würde, heilt Kilor hier Zubunus' Hand. Da Nandika aus der Entfernung nicht heilen kann, war das die einzige Chance für Kilor. Doch die kompletten Geheimnisse von Nandika plaudert Kilor hier nicht aus. Die Hunter-Wahl geht weiter und es kommt sogar zu Toten. Jing holt auch ab, weil er seinen Spaß hatte, aber er gibt seiner Kollegin einen Hinweis. Pariston will weder gewinnen noch verlieren. Er hat nur seinen Spaß. Er wartet einfach nur ab. Außerdem hat er 5000 halbe Chimera-Ameisen und will sie testen. Am nächsten Tag stellt sich Leorio und hält eine Rede. Er will Gon retten. Dadurch gewinnt er in Beliebtheit, doch Pariston treut weiter rum und stört die Wahl davor, ein Ergebnis zu erreichen. Aloka heilt Gon und damit betritt dieser die Bühne. Und bei Leorios Umarmung ist nicht nur eine Träne bei mir geflossen. Pariston der Sack hat das geplant, weil Jing von Anfang an sagte, dass Gon nicht sterben würde. Der Respekt vor Jing als Gegner war so groß, dass er ihn sofort geglaubt hat. Gon soll also wählen, wer der nächste Hunter-Chef wird und Pariston gewinnt, weil Gon ja möchte, dass Leorio Arz wird. Pariston macht Schiedel zu Vize und kündigt. Er war damals nämlich nur Vize, um Netro zu ärgern, da dieser Gefallen dran fand. Mit dieser Wahl wollte er einfach Netros letzten Willen erfüllen. Gon trifft also endlich seinen Vater und dieser ist ein verdammt schlechter Vater. Jing wollte eigentlich durchziehen, doch die Zuschauer verfluchen ihn. Deswegen soll Gon erst zu Kite und sich danach mit seinem Vater treffen. Ilumi droht wieder Kilo, doch mit den Dragon Balls schickt er ihn wieder weg. Kilo erschließt auch mit Nanika Freundschaft und wird beide beschützen. Koala, einer der Chimera-Ameisen, beschützt Kite, da er den Körper des Mädchen, wo Kite jetzt drinsteckt, damals umgebracht hat. Gon entschuldigt sich und Kite spricht dem Mut zu. Im Manga sah die Verabschiedung von denen noch etwas anders aus. Gon nimmt doch erstmal Abschied von Kilo und mein Herz ist in tausend Teile gesprungen. Es ist so, wie Kite gesagt hat, egal wo wir sind, wir werden immer Freunde bleiben. Das war zu viel für mich, Leute. Auf dem Baum sprechen sich Vater und Sohn aus, der dunkle Kontinent steht bevor und ihr Vorfreude Don Freaks war sogar schon da. Doch am meisten bleiben mir Jinx letzte Worte, die Hunter x Hunter als Anime-Band im Kopf. Genießt die kleinen Dinge bis zum Äußersten, weil auf diesem Weg findet ihr die Dinge, die euch mehr bedeuten werden als euer eigentliches Ziel. Und damit geht Hunter x Hunter Minuten zu Ende. Also Leute, das ist es gewesen mit Hunter x Hunter in Minuten. Nicht nur mit Teil 3, sondern mit allgemein Hunter x Hunter, denn der Anime ist fürs Erste zu Ende. Ob ein Anime kommt, ist eine schwierige Angelegenheit, wird Tokashi, muss man das sagen. Diesmal gibt es kein Like-Ziel. Ich würde mich natürlich sehr stark freuen, wenn ihr das Video trotzdem liken könntet, weil ein 30 Minuten ist zwar eine Brockenarbeit, Hunter x Hunter ist mega, mega geil. Deswegen wäre es wirklich sehr, sehr korrekt von euch, einfach nur diese kleine Taste zu drücken, denn ich habe es versprochen, nächste Woche geht es los mit Dragon Ball Super in Minuten. Der Dezember, Freunde, wird richtig, richtig krass. Das kann ich schon mal versprechen und es gibt eine ganz, ganz große Überraschung in diesem Monat zu Anime-Minuten. Aber damit warten wir noch ein bisschen ab. Also wie immer, schreibt mir euren Lieblings-Komment von diesem Arc in die Kommentare und vergesst auf gar keinen Fall auf dem Video hier einen Daumen nach oben da zu lassen und ein Abo auf den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche bis dahin einen wunderschönen Tag. Haut rein!